Achtung, Achtung, hier spielt das Deutschrunde voll. Eins, zwei. Hilfe! Hilfe! Das Dach ist runtergekommen. Hilfe! Hallo! Rückmeldung pro, acht bis zehn Personen sind in diesem Haus gemeldet. Ja. Patienten kollabieren nach und nach! Und zieh! Und durchschieben. Lernreich, erfahrungsreich, hat Spaß gemacht. Ich war sehr gut und damit bewerbe ich mich für den SDA 2022. Klasse! Viel mehr gibt es nicht zu sagen, einfach klasse. Toll organisiert, lief reibungslos ab. Wir hatten unsere Herausforderung, unseren Spaß. Vielen Dank dafür! Mega! Sehr spannend, sehr anstrengend und schlafraubend. Super! Ich habe ganz viel gelernt, ganz viele spannende Situationen, in denen man sonst nicht ist. Ich bin sehr happy mit dieser Übung. Sehr schön, sehr abwechslungsreich und auch sehr herausfordernd. Anspruchsvoll. Ich fand das alkoholfreie Bier sehr gut. Sehr schön, sehr abwechslungsreich und schlafraubend. Und das ist ein bisschen, ganz viel.